Musik Facebook, da bin ich wieder. Ich hab's wieder getan, ich hab wieder zugeschlagen. Die Bunny Spot war wieder total aktiv. Ich hab ein Fan-Make-up gemacht für 1899 TSG Hoffenheim. Wahnsinn, oder? Das alles, was du hier auf meinem Gesicht siehst, das kannst du auf YouTube, da wo mein Fan-Style-Channel ist, bei Bunny Spot, nachschminken. Und dann siehst du genauso aus. Wenn du das willst, dann komm mich einfach besuchen.